Die Suchmaschine Google, die kennen wir doch eigentlich alle oder vom Namen her auf alle Fälle, aber auch von der Benutzung. 90% aller Suchanfragen in Deutschland laufen über Google. Das spricht schon Bände, würde ich mal fast sagen und 80% Marktanteil weltweit. Also Google verdrängt praktisch alle anderen Suchmaschinen. Viele könnten denken und glauben, es gibt gar keine anderen Suchmaschinen, aber es gibt sehr wohl andere Suchdienste und die haben es auch in sich. Aber warum reden wir so wenig darüber? Das ist Thema in dieser Ausgabe vom Netzkenner und jetzt geht es auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Netzkenner. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es mal um Alternativen von Suchmaschinen, denn Google als Suchmaschine, die kennen wir alle. Google ist, glaube ich, weltweit ein Begriff, eine der wertvollsten Marken schlechthin. Also als Konzern natürlich, aber Google ist ja mehr als nur die Suchmaschine. Aber die Suchmaschine Google ist quasi das Herz des Ganzen und natürlich auch der Anfang des Ganzen gewesen. Ich habe eine lange Folge gemacht zu 25 Jahre Google. Schaut euch die gerne mal an, wenn ihr ein bisschen was erfahren wollt, was die Geschichte von Google ist. Aber heute wollen wir mal gucken, was gibt es überhaupt für Alternativen? Muss ich Google benutzen? Viele glauben ja, es gibt gar nichts anderes, aber es gibt durchaus auch andere Suchdienste, Suchmaschinen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte einfach mal ein paar vorstellen. Denn ein paar heißt sieben. Es gibt sieben, es gibt mehr als sieben Alternativen. Aber sieben Alternativen möchte ich hier an dieser Stelle mal wenigstens kurz erwähnen, damit ihr euch mal einen Eindruck davon verschaffen könnt, welche Alternativen es gibt. Und dann schaut da vielleicht mal rein und dann könnt ihr entscheiden, ob die was sind oder nicht. Und legen wir gleich mal los. Ach ja, wenn euch die Folge gefällt, dann natürlich wie immer der Hinweis, bitte abonniert das doch einfach hier, diesen Kanal, den Netzkenner, da freue ich mich ganz besonders. Lasst mir ein Like da und natürlich auch gerne einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt oder etwas kommentieren wollt. Denn dann wissen die Algorithmen von YouTube, dass der Netzkenner was ist, was auch andere vielleicht sich angucken sollten oder dürfen oder müssen oder können. Wie auch immer, auf jeden Fall kriegen mehr Leute die YouTube-Videos zu sehen. Und das würde mich persönlich auf alle Fälle freuen. Hier meine Top 7 der Google Suchalternativen. Und ich nenne sie jetzt nicht in der Reihenfolge meiner Favorisierung, sondern ich habe einfach mal 7 ausgewählt und die stelle ich euch jetzt mal vor. Nummer 1 ist Microsoft Bing. Bing ist eine Suchmaschine von Microsoft, die gibt es schon ziemlich lange. Microsoft hat ja die Ressourcen, auch eigene Crawler zu bauen. Das heißt also, eigene Algorithmen zu entwickeln, die das Internet, das Web und alle Dienste durchsuchen und nach Informationen durchforsten, eigene Datenbanken aufzubauen und entsprechende Algorithmen zu entwickeln, um Suchergebnisse zu präsentieren. Das ist nämlich alles andere als einfach. Bing ist ganz sicher nicht besser als Google, aber auch nicht wirklich schlechter, muss ich sagen. Mir persönlich gefällt zum Beispiel das freundliche und übersichtliche Layout sehr gut. Trotzdem hat Bing nur rund 5% Marktanteil weltweit, obwohl Bing über Windows schnell und auch sehr bequem zu erreichen ist. Nicht mehr bei jedem Rechner, das musste Microsoft ändern. Man hat da ja die Wahl heute, welche Suchmaschine man benutzen möchte. Aber viele Menschen kennen Bing, weil eben Microsoft Windows normalerweise über Bing sucht. Aber ohne Bing, das steht fest, wäre Google endgültig allein auf dem Markt. Gut, dass es Bing gibt, würde ich sagen. Ecosia hat seinen Sitz in Deutschland, in Berlin nämlich und ist eine Suchmaschine, ein Suchdienst, der sich für Umwelt einsetzt. Das kann man wohl auf jeden Fall sagen. Werbeeinnahmen hier über diese Suchmaschine, diesen Suchdienst, die werden für verschiedene Projekte eingesetzt und verwendet, die dem Klimaschutz dienen sollen. Der eingesetzte Strom zum Beispiel bei Ecosia ist grün, also aus regenerativen Quellen. Privatsphäre wird definitiv groß geschrieben, aber im Hintergrund werkelt Bing, die Suchmaschine von Microsoft, denn eine eigene Suchmaschine zu bauen, das ist eben ein hoffnungsloses Unterfangen für ein kleines Start-up aus Berlin, ganz sicher nicht zu machen und zu schaffen. Der Ansatz von Ecosia, den finde ich sympathisch. Keine Gewinnmaximierung, sondern Investitionen in grüne Projekte. Wenn ihr also auf Werbung klickt bei Ecosia, dann fließen diese Gelder nicht in die Taschen der Start-up-Gründer von Ecosia oder nur zum Teil. Sie fließen in Aufforstungsprojekte zum Beispiel. Ecosia kümmert sich darum, dass Bäume gepflanzt werden überall auf der Welt, also Projekte gefördert werden, die eigentlich dem Klimaschutz gelten. Diesbezüglich ist Ecosia allerdings nicht über jeden Zweifel erhaben. Es gibt auch daran durchaus Zweifel, dass die Wirkungsweise von diesen Aufforstungsprojekten nur und ausschließlich gut ist, aber lassen wir das mal außen vor. Wichtig ist für euch zu wissen, Ecosia ist eine interessante Alternative, benutzt die Suchmaschine Bing im Hintergrund und Werbeeinnahmen gehen nicht zu Google oder Microsoft, sondern werden zum ganz, ganz großen Teil in Aufforstungsprojekte gesteckt. Das finde ich zumindest sehr sympathisch. Die Suchergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Nummer drei. Nummer drei ist DuckDuckGo. Bei der Suchmaschine mit der Ente im Logo steht ebenfalls und vor allem die Privatsphäre im Vordergrund. DuckDuckGo speichert angeblich keinerlei Daten über euch. Suchtreffer und Anzeigen beziehen sich ausschließlich auf eure Suchanfragen, nicht etwa auf das Profil, das über euch angefertigt werden könnte, was Google und Bing ja durchaus machen, sondern nur ausschließlich auf das, was ihr gerade gesucht habt. Es gibt also auch Anzeigen, ja, es muss ja irgendwie finanziert werden, aber diese Suchanzeigen, wie gesagt, beziehen sich ausschließlich auf eure aktuellen Sucheingaben. Die Suchergebnisse sind ganz ordentlich, finde ich, und kommen auch aus einem eigenen Crawler, also aus einer eigenen Suchfunktion, kann man sagen, aber auch aus der Suchmaschine Bing, wieder mal, was man durchaus erkennen kann. Denn die Ergebnisse bei DuckDuckGo, die sind recht ähnlich zu Bing. Gut gemacht und gut für alle, die ganz bewusst ihre Privatsphäre schützen wollen. Kann man auch direkt im Browser integrieren und gibt eine Empfehlung von mir. Die nächste ist MetaGare. MetaGare ist eine sogenannte Meta-Suchmaschine aus Deutschland. Deutscher Datenschutz, das ist schon mal gut. Gute Privatsphäre ist auch gut. Der Programmcode von MetaGare, der ist quelloffen. Also jeder kann sich diesen Quellcode anschauen und so sehen, wie die Suchmaschine, der Suchdienst MetaGare funktioniert. MetaGare trägt die Suchergebnisse aus mehreren Suchdiensten zusammen, also zum Beispiel Google, Yahoo, solange es das noch gegeben hat, Bing und so weiter. Und liefert all diese Informationen, die zusammengetragen werden, dann zusammen und ordnet sie. Und so wird aus diesen komplexen Suchanfragen insbesondere, werden richtig gute Ergebnisse. MetaGare eben, weil es eine Meta-Suchmaschine ist, weil sie mehrere Suchdienste befragt. Im Hintergrund, ihr merkt das gar nicht, das geht ziemlich schnell. Die Suchergebnisse werden zusammengetragen und dann präsentiert, ziemlich schnell. Und meiner Ansicht nach eignet sich MetaGare ganz besonders dann, wenn man komplizierte Suchanfragen hat. Also irgendwas, was jetzt nicht unbedingt sofort auf jeder Webseite zu finden ist. Also ganz detailreiche Anfragen. Da kann MetaGare mehr Ergebnisse liefern, teilweise als Bing oder Google alleine, weil eben mehrere Suchmaschinen befragt werden. Alles läuft auf deutschen Servern. MetaGare sollte meiner Ansicht nach unbedingt bekannter sein, hätte es auf jeden Fall verdient. Weil Quelloffen prima, Privatsphäre eine gute Sache und auch nicht kommerziell. Nächster im Rennen ist Startpage. Auch Startpage ist ein Suchdienst, der nicht selber sucht, sondern suchen lässt. In dem Fall Google. Google werkelt also im Hintergrund, aber Startpage sieht ganz anders aus. Ein schickes Design, gar keine Frage. Hat seinen Sitz ebenfalls wie DuckDuckGo in den Niederlanden. Datenschutz und Privatsphäre werden hier ebenfalls groß geschrieben. Man benutzt also Google, aber ohne die Nachteile, wenn man so möchte von Google, was den Datenschutz, Privatsphäre und so weiter anbelangt. Es werden keine Daten gespeichert, sagt Startpage und es wird auch völlig anonym gesucht, sagt der Betreiber von Startpage. Selbst das Anklicken der Suchergebnisse ist in einer anonymen Ansicht möglich. Das ist gut gelöst und ebenfalls eine gute Lösung für alle, denen Privatsphäre und Datenschutz eben sehr wichtig ist. Das bedeutet also, ihr könnt ein Ergebnis anklicken, ohne dass eure IP-Adressen und andere Daten übertragen werden. Coole Sache für alle, die finden Privatsphäre, Datenschutz ist sehr, sehr wichtig. Und die Suchergebnisse, die kommen eben von Google. Also man kann sagen, ihr werdet gut versorgt mit Suchtreffern. Der nächste im Bunde ist Wolfram Alpha. Das ist ein wirklich ungewöhnlicher Dienst, den es schon seit einigen Jahren gibt. Der sticht auch wirklich aus dieser Liste heraus. Denn Wolfram Alpha verweist nicht etwa auf andere Seiten, auf Webseiten, Webangebote, sondern will mehr oder weniger direkt Antworten auf Fragen liefern. Das klappt aber leider nur in englischer Sprache gut, in Deutsch überhaupt nicht. Und beim mathematischen Problem ist Wolfram Alpha eine richtig coole Lösung, ein guter Helfer. Da kann man sogar Gleichungen eingeben, die gelöst werden. Und man bekommt viele wertvolle Hinweise und Kniffe angezeigt. Also wenn ihr mathematische Fragen habt oder Mathematik im Unterricht habt und wollt irgendwie euch helfen lassen bei den Hausaufgaben, dann ist Wolfram Alpha auf jeden Fall eine gute Adresse, um so wichtige, schnelle Fragen mal zu beantworten. Wo finde ich was im Web? Da ist Wolfram Alpha nicht so eine große Hilfe, muss man sagen. Eine Suchmaschine also für den Alltag ist Wolfram Alpha ganz gewiss nicht. Und letzter im Bunde, Platz 7 oder Top 7, Blinde Kuh. Gibt es auch schon ziemlich lange eine deutsche Suchmaschine, einen Suchdienst, könnte man sagen. Blinde Kuh sollten alle wissen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Eltern, Pädagogen, Lehrerinnen, Kita-Angestellte, Betreuer und so weiter. Denn die Blinde Kuh ist eine Suchmaschine für Kinder, die ausschließlich kindertaugliche Inhalte präsentiert. Und das auch sehr, sehr anschaulich, wie ich finde. Webseiten, Spiele, Videos, einfach eine Frage stellen und schon erscheinen die entsprechenden Ergebnisse. Aber man kann wirklich sicher sein, es sind nur kindertaugliche Ergebnisse. Das ist gleich doppelt gut. Einmal, weil die Suchmaschine eben nur kinderfreundliche Angebote und Infos ausspuckt. Und weil es keine Werbung gibt und keine Daten erhoben werden. Das finde ich bei Kindern und Jugendlichen mal ganz besonders wichtig. Eltern sollten die Blinde Kuh also auf jeden Fall kennen und sie auch mal anschauen. Und dann mit ihren Kindern, vor allem wenn sie noch nicht im Teenager-Alter sind, mal gucken, wie kann man intelligent im Netz suchen und kindertaugliche Inhalte finden. Blinde Kuh, allemal besser als Google, wenn Kinder am PC oder am Tablet oder am Smartphone oder wo auch immer sitzen. Denn natürlich kann man die Blinde Kuh überall abrufen. So, das waren jetzt insgesamt sieben Alternativen mit, finde ich, unterschiedlichen Schwerpunkten, die man durchaus kennen sollte, weil sie im Einzelfall oder auch immer, je nachdem, eine interessante Alternative zu Google darstellen können. Man kann ja heute eigentlich in den Browsern auch sehr schön und bequem eine alternative Suchmaschine als Standardsuchmaschine einstellen. Das muss nämlich auch nicht immer Google oder Bing sein. Dann müsst ihr nicht jedes Mal die Adresse eingeben, sondern könnt einfach in das Adressfeld eure Suchanfragen eingeben und dann wird die Suchmaschine benutzt, die ihr voreingestellt habt. Das geht vielleicht nicht unbedingt bei der Blinden Kuh, aber bei Bing und bei Startpage und so weiter geht das allemal. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, lasst mir ein Like und ein Abo da und kommt das nächste Mal wieder, wenn ich ein neues Thema ausgekramt habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und die Aufmerksamkeit und ihr wisst, was ich am Ende immer sage. Bleibt bitte neugierig. Tschüss. Tschüss.